Viele, viele Grundbausteine der menschlichen Persönlichkeit werden bereits in den ersten Lebensjahren unserer Kinder gelegt. Als muslimische Mütter wünschen wir uns für diese Jahre, für diese besonders anstrengenden Jahre, am liebsten eine Zauberformel, mit der unsere Kinder ganz einfach und ganz sicher gottergebene, erfolgreiche, zufriedene Muslime werden. Gibt es so eine Zauberformel, die Erziehung kinderleicht macht, die aus unseren kleinen Kindern große Persönlichkeiten zaubert? Ganz sicher nicht. Allerdings gibt es eine Wahrheit, die für die Mütter und Väter von Kleinkindern gilt. Du bist der Islam deiner Kinder. Das abstrakte Denken ist bei Kindern erst in der Entwicklung und beginnt sich ungefähr im siebten Lebensjahr zu formen. Erst mit zwölf Jahren haben Kinder überhaupt vollständig die Fähigkeit erlangt, abstrakte Gedankengänge zu fassen. Für die islamische Kindererziehung bedeutet das, dass Kinder ihre Eltern über viele und vor allem die prägenden Lebensjahre hinweg mit dem Islam gleichsetzen. Das Kind ist noch nicht in der Lage, den Islam von den elterlichen Personen und dem elterlichen Verhalten zu abstrahieren. Muslimische Eltern, die ausgeglichen, freundlich, liebevoll, lebensbejahend und positiv sind, übertragen genau diese Eigenschaften im kindlichen Denken auf den Islam. Das Kind kommt zu der emotionalen Überzeugung, der Islam ist liebevoll, der Islam ist barmherzig, er macht das Leben schöner, der Islam schenkt den Menschen Zufriedenheit, der Islam ist gut. Muslimische Eltern hingegen, die unzufrieden, ablehnend, lieblos, streng oder sogar gewalttätig sind, übertragen aber auch diese Eigenschaften im kindlichen Denken auf den Islam. Das Kind gelangt zu der emotionalen Überzeugung, der Islam ist hart, der Islam ist unbarmherzig, er macht das Leben schwer, der Islam macht die Menschen traurig und wütend, der Islam ist nicht gut. Die elterliche Liebe ist der Zement der islamischen Werte unserer Kinder. Unsere Zuneigung und Fürsorge werden die islamischen Werte fest in unseren Kindern verankern, noch lange bevor unsere Kinder sie überhaupt vollständig erfassen können. Die Schlussfolgerung für uns Eltern lautet deshalb, wir sind der Islam unserer Kinder. Unser Zikr und unsere Gebete sind in den ersten Lebensjahren die Beziehung unserer Kinder zu Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Verhalten verkörpert im kindlichen Weltbild das Vorbild des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Unser Islam ist der Islam unserer Kinder. Die Säuglings- und Kleinkindjahre des Kindes sind Jahre der körperlichen Abhängigkeit und Nähe. Das ist vor allem für die Mama eine physische Herausforderung, kann aber auch eine emotionale Belastung darstellen. In der Säuglingsphase findet natürlich selbstverständlich noch keine aktive Vermittlung islamischer Inhalte statt. Das erklärt sich von selbst. Jedoch ist der Koran, das Wort Allahs, ein ständiger Begleiter und eine Quelle der Geborgenheit für unsere Kinder. In dieser Zeit braucht das Kind eine Mama, die anwesend, liebend, ausgeglichen und annehmend ist. Sie vermittelt dem Kind Sicherheit, Vertrauen und das Gefühl geliebt zu werden. All dies ist eine Grundlage oder ist die Grundlage des Selbstwertes und einer lebensbejahenden Haltung des Kindes. Kinder brauchen eine Mama, die mit ihrer Aufgabe zufrieden ist. Ja, was ist daran jetzt die große Kunst, mag man sich fragen. Die weibliche Fitra will ja ohnehin heiraten und Kinder bekommen. Ich denke, wir wissen aber inzwischen alle, dass der Feminismus die Mutterschaft in eine echte Krise gestürzt hat. Frauen, die sich vor allem in der Kleinkindphase der Mutterschaft hingeben und sich, um sich eben schwerpunktmäßig um ihre Kinder zu kümmern, gegen eine Erwerbstätigkeit entscheiden. Solche Frauen gelten heute als faul, als zurückgeblieben und als schlechtes Vorbild für Mädchen. Die Mutterschaft wird in den liberalen, aber auch in den muslimischen, zwangsliberalisierten Gesellschaften systematisch abgewertet. In Serien, in Filmen, durch feministische Vorbilder, in den sozialen Medien, in den Schulen und auch an den Universitäten. Erziehen wir unsere Mädchen eigentlich aktiv dazu, Mütter werden zu wollen. Präsentieren wir die Mutterschaft als eine wertvolle, bedeutsame, ehrbare Aufgabe oder als eine elende, bemitleidenswerte Aufgabe. Unsere Mädchen müssen in uns Vorbilder finden, die ihnen den Weg in die Mutterschaft erleichtern und ihnen darin Vorbilder sind, die in ihnen den Wunsch wecken, ihre Füttere auf eine gottgefällige Art zu befriedigen und zu verwirklichen. Damit junge Frauen diese Lebensphase und damit mit der Lebensphase ihre Kinder annehmen, damit sie der Islam ihrer Kinder sein können. Vor allem, wenn die Kinder klein sind und sich der Alltag schwerpunktmäßig um Haushalt, um die Familie und eben um die Kinder dreht, dürfen und müssen junge Frauen diese Lebensphase als positiv empfinden, als eine wertvolle Zeit. Wertvoll für sie persönlich, wertvoll für die ganze Familie und wertvoll vor allem auch für die Gemeinschaft der Muslime. Abschließend möchte ich auf drei Prinzipien der islamischen Kindererziehung eingehen, die uns Eltern, uns muslimischen Eltern, mit der Annahme liberalen und materialistischen Gedankenguts zunehmend abhanden kommen und die von Anfang an in der Erziehung unserer Kinder von Bedeutung sind. Erstens ist das das Prinzip Anleitung statt Freiheit. Mit etwa zwei Jahren treten die meisten Kinder in die Autonomiephase ein und entwickeln ihren eigenen Willen. Unsere Kinder tun ihren Willen natürlich nonverbal kund, aber mit den zunehmenden Sprachkenntnissen äußern sie natürlich ihren Willen auch verbal und sagen gerne Nein und stellen ununterbrochen Fragen. In der islamischen Erziehung gilt das Prinzip der Anleitung, nicht der Freiheit. Das Konzept der Hidayah, der Rechtleitung, ist uns ja allen ein Begriff. Als Muslime sind wir überzeugt davon, dass wir als Geschöpfe auf die Rechtleitung unseres Schöpfers, also Allahs, angewiesen sind. Genauso wie wir der Rechtleitung Allahs und der Anleitung der Offenbarung bedürfen, genauso brauchen unsere Kinder unsere liebevolle Anleitung und eine klare Richtschnur, was richtig und was falsch ist. Als Eltern praktizieren wir deshalb Irschad, die Anleitung unserer Kinder. Irschad ist der klare islamische Rahmen, in dem wir unseren Kindern aber ihre Eigenständigkeit gewähren. Wir erklären unseren Kindern, warum etwas richtig oder falsch ist. Wir nehmen dabei auf die Offenbarung, also auf den Koran und die Sunna Bezug. Wir beziehen unsere Kinder in unsere Entscheidungen ein. Wir fragen nach ihrer Meinung, wir regen sie zum Denken an. Wir beantworten all ihre Fragen. Jedoch sind die Vorgaben Allahs in unserer Erziehung niemals bloß eine Option. Die Gebote und Verbote Allahs sind richtig. Unser islamisches Menschenbild ist nämlich die Grundlage unserer Erziehung. Unser Kind ist genau wie wir ein Geschöpf, das in seiner Natur auf Rechtleitung und Anleitung Irschad angewiesen ist. Gleichzeitig wurden die Söhne Adams von Allah subhanahu wa ta'ala mit Verstand geehrt. Und natürlich würdigen wir den kindlichen Verstand, den Allah subhanahu wa ta'ala unserem Kind geschenkt hat. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der drei Beziehungen. Die islamische Kindererziehung findet in drei Beziehungen statt. Natürlich, ganz offensichtlich in der Beziehung zwischen Mama und Kind. Aber auch in der Beziehung zwischen Mama und Allah. Und in der Beziehung zwischen dem Kind und Allah subhanahu wa ta'ala. Als Mütter müssen wir uns jeden Tag vergegenwärtigen, dass unsere Bemühungen um unsere Kinder ein Gottesdienst, eine Ibadah sind. Unsere Kindererziehung ist ein Projekt für Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir Allah ta'ala am jüngsten Tag präsentieren. Und wir werden von Allah danach gefragt werden, wie wir mit der Amanah unserer Kinder umgegangen sind. Und außerdem ist es an uns, den Grundstein der kindlichen Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala zu legen. Indem wir bewusst immer wieder Bezüge zwischen der Realität unseres Kindes und Allah subhanahu wa ta'ala herstellen und somit schon den Grundstein legen, auf dem dann unser Kind später seine eigene Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala weiterführt. Das dritte und letzte Prinzip, das ich ansprechen möchte, ist das Prinzip von Denken, Fühlen, Handeln. Ziel unserer islamischen Kindererziehung ist es, einen jungen Muslim, eine junge Muslima auf den Weg des Lebens zu bringen, der erstens im Islam die Wahrheit erkennt. Also Muslime, die im Islam die Wahrheit erkennen. Das ist natürlich das Denken. Aber eben auch ein junger Muslim, eine junge Muslima, die Allah subhanahu wa ta'ala seinen Gesandten und seinen Dien aus tiefstem Herzen liebt. Das ist natürlich das Fühlen. Und wir wollen junge Muslime auf den Weg bringen, die zeitlebens darum bemüht sind, durch rechtes Handeln Allahs Wohlgefallen zu erlangen und dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wa sallam näher zu kommen. Und das ist natürlich das Handeln. Denken, Fühlen, Handeln. Der Islam ist kein reiner Handlungskatalog und es ist überhaupt nicht damit getan, den Kindern eine islamische Praxis einfach nur abzuzwingen. Die islamische Praxis unserer Kinder steht auf dem Fundament ihrer Überzeugungen vom Islam, die wir ihnen geduldig erklärt und immer und immer und immer wieder anhand der Realität aufgezeigt und somit in den kleinen Köpfen verfestigt haben. Die islamische Praxis unserer Kinder basiert außerdem auf ihrer Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, die wir ihnen vorgelebt haben. Die islamische Praxis unserer Kinder besteht aus den Gewohnheiten der ganzen Familie, die wir mit unserer eigenen Praxis, mit unserer eigenen islamischen Praxis schon ganz früh geformt haben. Und zum Schluss, um das Ganze jetzt zum Abschluss zu bringen, vergessen wir natürlich nicht, als Mütter und auch als Väter, dass die Rechtleitung unserer Kinder ihre Rechtschaffenheit und ihre Gottesfurcht nicht in unseren Händen liegt, sondern allein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen werden all unsere Bemühungen um unsere Kinder immer und stetig von unserem Dua begleitet. Aقول قولi هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته